Mein Name ist Filuino und ihr schaut Stich.tv mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Definitiv offline mit Freunden. High Heels oder Sneakers? Sneakers. Dein Lieblingsessen? Ich weiß es nicht. Scheiße. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Keine Ahnung. Ich bin lieb. Ich mache nichts Böses. Morgens im Bad brauche ich 5 Minuten. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Auf Musik. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? RTL 2. Alles was mit RTL 2 zu tun hat. Ein Wort mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Behindert. Bist du eher Tag oder Nachtmensch? Tag. Welchen Trink bestellst du dir, wenn du feiern willst? Weißwein. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Die von meinem Freund. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Mit allen. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Mineralwasser. Wie meldest du dich am Telefon? Hallo, hier ist Isabella. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wo ich sterbe. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Kunst. Was hast du als letztes geklaut? Hosen. Tschüss aus! Schön! So locker zum Essen. Pipala, schau dich auf. Vielen Dank.